Hallo liebe Schüler, heute geht es um die direkte Proportionalität. Vorneweg, die direkte Proportionalität hängt sehr stark mit dem direkten Dreißer zusammen. Wer diesen nicht kann, soll es sich vorher das Video dazu anschauen. Kommen wir zum Beispiel. Ich habe hier eine Tabelle gezeichnet. X sind die Anzahl der Tickets und Y der Preis in Euro. Ein Ticket kostet 2 Euro. Dementsprechend kosten 2 Tickets 4 Euro. Weil ich auf der linken Seite mal 2 rechne, rechne ich auch auf der rechten Seite mal 2. 4 Tickets kosten dementsprechend 8 Euro. Links mal 4 gerechnet, rechts mal 4. Und 6 Tickets mal 6, auf der rechten Seite auch mal 6, ergibt 12 Euro. Schauen wir uns jetzt noch die letzte Spalte an. Dazu wollen wir immer den Y-Wert durch den X-Wert teilen. Fangen wir mit dieser Zeile an. Der Y-Wert ist 2, der X-Wert ist 1. 2 geteilt durch 1 ergibt 2. Nächste Zeile. Y-Wert 4 geteilt durch X-Wert 2. 4 geteilt durch 2 ergibt 2. Nächste Zeile. 8 geteilt durch 4 ergibt 2. Und letzte Zeile. 12 geteilt durch 6 ergibt 2. Wir sehen also, es kommt immer der gleiche Wert raus. Und das ist der Wert K. Was dieses K bedeutet, dazu jetzt im Merksatz. Wir merken uns, bei der direkten Proportionalität gehört zum doppelten, dreifachen, halben und so weiter der Eingabegröße das doppelte, dreifache, halbe und so weiter der Ausgabegröße. Das bedeutet, verdopple ich auf der einen Seite, muss ich auch auf der anderen Seite verdoppeln und so weiter. Ausgabegröße dividiert durch Eingabegröße ergibt den immer gleichen Quotienten, den sogenannten Proportionalitätsfaktor K. Den bekomme ich eben, indem ich die Y-Werte durch die X-Werte teile. Das haben wir hier oben gemacht. 2 durch 1 geteilt, 4 durch 2. Es kam immer der gleiche Wert raus, in unserem Fall die Zahl 2. In unserem Beispiel gibt die Zahl 2 an, wie teuer ein Ticket ist. Also den Preis pro Ticket. Alle Punkte der Quotientengleichen Zahlenpaare, die nennt man Quotientengleich, weil die ganzen Paare, wenn ich die miteinander verrechne, kam immer der gleiche Quotient raus. Also die Quotientengleichen Zahlenpaare 1, 2, 2, 4, 4, 8, 6, 12 liegen auf einer Halbgeraden durch den Ursprung. Zeichnen wir jetzt die ganzen Punkte in ein Koordinatensystem ein. Die vordere Zahl gibt immer den X-Wert an, die hintere den Y-Wert. Unser erster Punkt hat den X-Wert 1, den Y-Wert 2. X-Wert 1 bedeutet 1 nach rechts auf der X-Achse, Y-Wert 2, 2 nach oben und hier habe ich meinen ersten Punkt. Der nächste Punkt, X-Wert 2, Y-Wert 4. 2 auf der X-Achse nach rechts, 4 auf der Y-Achse nach oben. Nächster Punkt, X-Wert 4, Y-Wert 8. 4 auf der X-Achse nach rechts, 8 auf der Y-Achse nach oben. Der letzte Punkt passt nicht mehr in mein Koordinatensystem, macht aber gar nichts. Wenn ich jetzt die Punkte miteinander verbinde, erkenne ich, dass alle Punkte auf einer Halbgeraden durch den Ursprung liegen. Bis bald!